hallo ihr lieben heute gibt es sonntagsbraten ich habe hier eine lammschulter moment so könnt ihr sie besser sehen und ein topf voller gemüse ich habe schon mal vorbereitet eine große aubergine in so grobe stücke geschnitten zwei tomaten drei grüne paprika eine rote sechs kartoffeln das war's dazu kommt ein teelevel salz dann ordentlich öl nicht sparsam sein das umrühren und dazu nehme ich sechs knoblauchzehen teelevel salz und grob gehacktes rosmarin die eine hälfte obendrauf andere und das kommt so dann im backofen das ist jetzt anderthalb kilo und für jede halbe kilo nehme ich eine stunde gelingt sicher schmeckt der ganze familie wir lieben es unkinder leicht weil das ist eigentlich die ganze vorbereitung das war's schon jetzt drehe ich das noch mal um voilà dann mache ich das so dass wir das auch zu bekommen und natürlich kommen da jetzt noch ihr könnt gemüsebrühe lambbrühe oder einfach mal wasser hinzu und jetzt muss man das dicht verschließen ihr lieben jetzt schauen wir mal gemeinsam rein was haltet ihr davon ich bin ganz gespannt sieht schon sehr hervorragend aus aber er sieht das das löst sich von allein das wird ein fest also ihr lieben guten appetit und bis bald bis bald